FC Energie TV wird Ihnen präsentiert von Iceberg. Ihr Partner für Medienproduktion und WebSolution. Halli, hallo. 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 So, zeig mir was du kannst. Kannst du anfangen bitte? Ich darf anfangen, alles klar. Und wo geht? Oh, Hansa Rostock. Nicht schlecht. Energiekompus. Das ist ganz klar, Zerlo. Ganz klar, ganz klar. Werfen kannst du schon mal nicht, ne? Ich weiß, nicht schlimm. Ja, liebe Fans. So. Herzlich willkommen zu PK. Spieler und Spieler gegen Bielefeld. Servus. In der Kapitän und rechts nimmt jetzt die Maschine. Die Maschine, ja. Zerlo. Die Maschine, ja. Um dir unschwer erkennen zu können, du bist in Bonn geboren, ne? Ja. Ganz genau. Als erste Projektstation weit weg von nach Hause. Wie gefällt es dir denn? Überragend. Wie gefällt es sehr gut? Ich fühle mich sehr wohl. Ich komme mit jedem gut klar. Habe alles, was ich brauche. Ja. Besser geht es nicht. Finde ich bis jetzt. Also, wir haben festgestellt, dass die Soundbox und du sind ja die besten Kumpels, die, wir sehen dich ja nicht mehr ohne die Saugmaschine, auf der Rückfahrt, in der Kabine, einem Schlafsack mit dem Link. Na ja. Ich bin, äh, sozusagen verantwortlich für die Musik und muss immer gucken, dass Stimmung ist. Und da du mir ja gesagt hast, dass Lanoge letztes Jahr dafür verantwortlich war, muss ich das jetzt weiterführen. Die Blackies sind für die Musik verantwortlich, ist doch klar. Dann habe ich noch eine Frage zur letzten Rückfahrt. Bist du das, der auf die Schlager reinmacht eigentlich? Nein, um Gottes willen Schlager, hör auf. Der Manu hört Schlager, das ist seine Musikrichtung und er hat gesagt, lass mich mal machen. Ich habe nichts dagegen, mein Gott. Ein bisschen Schlager, ein bisschen deutsche Musik, ist auch mal nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zum Spiel ein bisschen. Du hast mich ja leider, jetzt lässt mich im Stick, hast du wieder schöne zwei Wochen. Wo guckst du das Spiel an? Nordwand. Ehrlich? Ja, natürlich. Nordwand, ich habe schon überlegt, ob ich einen Trick von dir anziehe. Ich bin am überlegen, aber ich bin in der Nordwand, Bierche, Bratwurst, überragend, genau mein Ding. Sehr gut. Mir ist auch aufgefallen, glaube ich, du bist jetzt ein paar Monate hier. Und du warst, glaube ich, schon öfter auf dem Zaun, als die ganze Mannschaft zusammen ist. Sehen wir dich nach dem Spiel wieder? Ja, wenn wir drei Punkte zu Hause lassen, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Es spricht nichts dagegen. Ich freue mich immer wieder. Ja, da muss ich noch eins ansprechen, fällt mir gerade ein. Wir sind ja beide eher hinten zu Hause in der Verteidigung. Wir haben beide noch kein Tor gemacht, ne? Was würdest du denn sagen, wenn ich am Sonntag mal eins zu entführen bin? Ich war kein Laus auf dem Platz. Okay, sense. Dann, ich sage, wir hoffen, dass wir uns jeder auf dem Zaun sehen am Sonntag. Ja. Haut rein, drück die Daumen. Ciao. Ciao. Das ist es. Tschüss. Super.